One of Jans Favorites Ich brauche mehr Gegner So Artie ist halt einmal ein Gegner-Dings rüberschieb Ja, der ist tot, unsere Artie Ich glaub, würdest du rechts da so durchschießen? Ich glaub, du könntest treffen Ja, hier, ne? So... So, so... So in der Mitte War aber doch nice Ich bin einer der einzigen den Kill gemacht Ja, so, niemand, take some Ich hab mehr Kills, ich hab mehr Kills als mein ganzes Team zusammen Ja, zähl Was jetzt? Alter, wie viele Erfolge? Ähm, was haben wir denn da? Nervenohrstahl Aha Panzerbrecher Aha Überlegenheit Klasse 3 Was? Was? Berlin für Überlegene Fähigkeit bei der Kontrolle eines gepanzerten Fahrzeugs Überlegenheit, ich hab mehr Erfahrung als alle anderen gekriegt Ja Hatt ich heute auch schon mit Lux Warte, ich stell den Panzer kurz ein, dass er automatisch repariert So, was nehmen wir denn jetzt? Der ist billig 200 für ne Reparatur? Das ist Premium Panzer, deswegen ist er billig Das ist Premium Panzer, deswegen ist er billig Ähm, Sachan Aqua Mh Ist noch ne Runde mit dem? Ich muss meinen neuen Panzer mal testen wollen Ja Welches T ist der? Tier 3, ist auch Tier 3 Light Oh nein, ich hab den falschen Panzer gekauft Oh Nicht verkaufen Mh 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 Du hast ja genug Geld, du hast ne T10er Art Wenn du Geld mal... Geldlos werden willst, schießt du einfach mal ein bisschen blind Ich mach' ich seit neuestem auch wieder und ich treffe ja Ich geb voran Ich geb voran Ich geb voran Ich geb vor Money Rasting Und dann so Wir sitzen in der Arti Den Gegner erwischen wir Dumm Daneben Deutschland ist pleite Nur weil du daneben schießt, ist Deutschland pleite Ich mach sie mal als Hauptfahrzeug Ähm Munition Warum steht mein Panzer vorm Hangar? Warte, ich hab ja auf bereit gedrückt, ne? Warte, ich hab auch keine Munition Munition Hehehe 260, nehm ich mit Automatisch nachladen, wär ne nette Idee So, mal sehen was der Panzer jetzt hat Ich bin gespannt Bereit Ins Gefechte Unteroffizier Engel, ja? Ich hab'n Ich hab'n Ich weiß nicht wie das ausgesprochen wird Hehehe Ich bin wie Suka, oder? Oh Gott, Aqua Ja, das Matchmaking hasst mich Hat mich schon immer Das ist bestimmt so ein Matchmaking Aha, guck mal, da ist Aqua schon wieder Ah, der soll schon wieder ownen, ja? Gehen wir ihm mal ein Tier 5 der Battle mit seinem kleinen Tier 3er, ja? ... ... ... ... Ach komm den Hetzer kriegen wir auch noch klein Du dann, so neben den Hetzer 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 Es ist nicht 1 und 8 Wie viel Schuss hast du mit Aqua? 2, 2, 1, 6 Wie viel Schuss hast du? Ja, wenn du nur ein Schaden machst, dann kannst du 260 Schaden machen Ich wohne nicht mal, ob das ... Fünf Schuss ... Es pfanzer ist Arsch langsam, wenn er Stock ist, ja? Wie kannst du mich nicht schieben, T-28? Oh, er ist nicht langsam. Ja, guck, typisch Russenpanzer hier im Baumstuf an der Seite. Ja, T-28, fahr den Berg runter, um mit Süd-Runter zu fahren, ja. Ich kann überlegen, warum auf die andere Seite... Ah, klar, nicht den Baum auffahren. Oh, jetzt kommt ein Arti-Schuss, ne? Na, ich wollte auf der andere Seite... Warum? Ich weiß nicht, ich finde das angenehmer dort. Na, fahr über Brücke. Fahr über Brücke. Ne, ich schaue gerade so durch, die ist kaputt. Schönen. Wenn die PZ jetzt gleich Schaden frisst, gehe ich garantiert in die andere Seite. Oh Gott, ich morre. Können die PZ-Sch-Krallen die uns. Los, Flaki. Du bist jetzt Flaki. Okay, Vision. Äh, Krii- Janis Dräumann. Oh. Los, Flaki. Zu tanken, das Ding, ja. Ja, ich mach hier... Ich bin aber durch der Einzige, der Schaden macht. Ja, kai ich ihn doch rein. Fack. Meistens nach dem HP-Balken, das ist direkt die Schwachstelle. Wenn du die Luft über dem HP-Balken triffst, dann ist es nicht so gut. Wir haben Angst. Beer Man und Scout jetzt fürs Team. Nächste Runde spielen. Lern, learn to play. Zum Lernen gehört doch verlieren dazu. Oh, was haben wir denn da? Äh, ich komm nicht hoch genug. Brauchst du auch Bonus-Erfahrung auf der Jagd-PZ? Auf der gibt's ja auch gerade momentan einen Bonus. Beer Man. Fack doch, wir haben eine andere Seite rumpfannen. Wie da so ein kleiner Schuss kommt und dann so 64. Was war das? Das Ding ist so... ...kett. Sie kann jeden Moment reißen. Das war... Aber was hat mich abgeschossen? Wenn wir so mit Tanks... Ja? Da hinter dir so ein Pum... Kleiner... ...dich schon... Fack hier! Oh. Die haben nicht mal eine Art, die Aqua. Ehrlich? War's denn? Das war der andere. Neben dem... Neben dem Medium 2 war der andere doch noch. Okay. Okay. Gut. Nimm mal deine Jagd-PZ. Ich nehm... Ich hab' eine Jagd-PZ. Das hier oder... Leopold? Oh ja. Du hast'n Tiger? Ja. Ich nehm' Jagd-PZ. War mal gekauft. Ich hab' Durst. Und ich hab' nichts mehr zu trinken. Ja, Tier 6 bis Tier... Loch hilft. Da ist Tiger höher als ich, ein Tee. Ein Tier. Ah. Aber man kennt mich ja. Ich kill' die auch noch. Ja. Hast du mir noch die Hälzer-Knifft? Nein. Okay. Die hatte ich nie drauf. Okay. War doch ganz am Anfang. Beim Tiger kannst du ne Knifft einbauen, die ist so ähnlich wie die vom Hälzer-Knifft. Bloß ist das jetzt ein Tee-Sieben-Panzer und kein Tee-Vierer mehr. Leum. Direkt neben mir der Ferdinand. Ja. Tee-Tee. Left. Ne doppelt zu viel Ferdinand. Legen wir los! Wohin, Aqua? Ich weiß nicht, wir konnten hoch zum Berg, wir konnten auch irgendwie unten irgendwie fighten. Aber komm, wir fighten unten. Dann dreh ich wieder um, fighten wir unten. Ja, ich hab... Du musst nämlich auch wieder umdrehen. Ja, ist okay. Also, Gleichberechtigung. Oh, was ein Wendekreis hier mit... Der Wendekreis wie im Panzer. Hast du das eigentlich gesehen, wo ich das eine mal hier rund oben vom Berg runtergesprungen habe? Hm, vielleicht da... Hm, vielleicht da... Du bist da so gelacht, was so cool. Halt mal hier rechts gleich. Ich hab jetzt eigentlich, ich wollte da auf die... Genau. Mal so drauf. Auha! Janis Mann. Sieh, Mann. Was soll jetzt voll gehen? Du bist schuld, dass du so eckig bist. Oh, das Ding. Du, du Helm, du. Du hast ihn verdient. Ich will mich voll... ...schützen. Boah, ich bin heavy. Wir haben sie nicht mehr angekratzt. No, I'm safe. Ich hab mir aufgefallen, dass der... ...äh, der in Chromwelt Punken sprüht. Nein. Tu da aber. Ich weiß nicht, warum. Erfahre mal vor, ich deck dich. Mit meinen 26... 36er-Zone. Quickscope jetzt übelst auf dem Weg. D44. Stopp. Bäh. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Bäh. Bäh. Kette kaputt. Wir setzen fest. Ich seh sie hier. Hütte. Warst du das, Alter? Nein, es war der Verdina. Das war der Verdina. Der über... Der über... Der über... Der über... Der über... Achso, nein, hast du mit Schaden gemacht. Ja. Und zwar, Verdina hat tausend Schaden auf Munition. Ja, das klingt nicht schlecht. Ja, hat er auch gemacht. Also, er ist gehittet. Zwei... Ich hab erst 200 Schaden gemacht, nur so. Und er hat den Rest... Ich nehm von hinten Flagge ein. Ja, ich... Ich nehm von hinten die Flagge ein. Ja, wie hier. Ich will den AT-8 haben. Deswegen von hinten. Achso. Lenk sie ab. Don't lost... Ich will den AT-8 haben. Guck mal, was die ist. Ich seh sie nicht mehr. Wie gesagt, ich krieg auch bei höheren Tearsung. Ja, so. Jetzt auch vorhin den Crumble. Ja. Der Crumble ist von vorne wie so ein Kasten. Deswegen kann... Cap macht... Hier ist sie not. Ja, ich wollte hier in dieses Bahnhofsgeschäft rein. Alles wird immer ganz gut drin. Ja. Ja, wenn du gegen die Decke schießt, ne? Hier Camping nun. Forever alone. Da vorne ist der Tiger P mit der längsten Ding, was ich je gesehen hab. Kennst du die Tock? Äh, äh. Das ist ein T-6, eh? Der hat so viel Panzerung wie KV-1 und 1500 HP. Und das ist länger als die Maus. Alter. Als ich dieses Haus mal gesehen hab, als Hetzer. Weil als Hetzer konntest ja passieren, dass du gegen die Sechser schwimmst. Erstmal dachte ich so, what the fuck is that tank? Na, das schaffst du schon, Akbar. Ja, ich bin die Fallweil auch. Ich schau mir die Map mal so ein bisschen an, Scout, ich bin die noch nicht.